Stunde TV mit Tischtennis in Erlangen, Erlangen und Kerl. Samstag, 17. Juni 2017. Niesetzki spielt hier gegen Kinn und Wildmann. Von links sind wir vom Oberligateam Winsbach. Vorher Sparta Norris Nürnberg, vorher Altdorf bei Nürnberg. Ein Tisch weiter Hans Nickel. Und da spielt der Top-Pavorit des Turniers. Frischgepackener Gerhard Zinnerzweier, Mannschaftspokalsieger vom letzten Wochenende beim Zieferinnen in Winsbach. An der Seite von Trifon Lengerov, der heute hier nicht antritt. Könnte jetzt möglicherweise 2-0 stehen. Der erste Satz war noch eng. Da ging es bei 9 beide ziemlich lange in die Verlängerung. Kosta durchsetzte. Zweiter Satz und damit dürfte das Spiel dann durch. eine Winsbach. Eine Winsbach war eine Winsbach!